Ich werde dein Kind bedankbarer. Oh Gott, Ribbon. Ich denke, warum läuft mein Charakter auf einmal rum? Ribbon hat sich gestritten. Was gibt es hier? Oh, ein Tierkart aber. Liegt's mit drinne. Schweinekopf. Oh, Schweinelemm. Blut, blut, blut. Ein Brief von Ethel. Oh nein. Hallach und Spirit, alles gut gemacht. Oh Gott, hier sind so viele schöne Wasen. Ich nehme mich alle nicht. Die Truhe mit, die kann man auch verkaufen. Oh mein Gott. Jetzt fangen wir schon an. Die Truhe mit so nicht. Die Kadaver kann ich nicht mitnehmen. Ne, leider nicht. Nur ein paar Knochen, die hier drin sind. Was ist denn das? Oh, da ist was Glitzi. Meli, du musst hoch. Achso. Ja, da bin ich schon mal durch. Aber das ist nur so ein Tor. So könnt ihr auch. Wir können da jetzt alle rausgehen. Was soll das denn ausgehen? Tschüss. Ich glaube, die würden auch mal mit uns talken, so wie es aussieht. Ah ja. So, wir haben jetzt Baba Yaga besiegt. Baba Yaga. Was sagt die jetzt? Ich habe einen Zauberstab gehoben. Was? Ich meine, ich habe einen aufgehoben, aber... Okay. Ich habe den nicht. Wir haben jetzt auch... Oh mein Gott. Das muss ich ja nicht wissen. Vielleicht habe ich ja den passenden aufgehoben. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall irgendwas Zauberstab-artiges. Ich würde es ehrlich gesagt nicht drauf anlegen, weil ich glaube, sonst machen wir der Hoffnung und dann... Ist doch scheiß egal. Ich würde es lieber aber erstmal alles in Ordnung wissen. Ich bin immer noch dafür. Nein. Doch. Lass dir anlügen. Ich meine, vielleicht ein bisschen wirklich. Er hat einen properen Verkauf. Er hat etwas Rest. Und er wird das hier nicht bekommen. Ein Plan. Komm schon. Sie wollen, dass du es nimmst. Siehst du? Guck mal. Du hast einen Zauberstab. Was zum Teufel ist das? Ich hoffe, ich habe das auch gehoben. Wo kommt das her? Wo kommt das? Okay. Ich... Ich richte jetzt auf den Sack. Oh mein Gott, das wird so... Oh mein Gott, ich weiß, was passieren wird. Es wird in einem Zombie-Innen. Ich habe es dir gesagt, Nana. Es wird in einem Zombie-Innen. Was? In unserem Durchgang haben wir den Sook kennengelernt. Warum ist er noch tot? Nein. Doch. Nein. Nein. Wir haben ihn auch versehen. Habt ihr? Ja. Haben wir. Daran kann ich mich noch erinnern. Weil es mega lustig war. Ich glaube, da habe ich auch den unpassenden Spruch mit dem Leber. Du hast definitiv ein paar Witze gebracht. Du hast definitiv ein paar Witze gebracht. Und ich verzog überhaupt nicht nur eins. Ja. Ja. Es ist ein Fluch. Mein schwarzer Mäu. Ich sag's hier. Was ist das? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was ist das? Das ist euer Ehemann? Wollt ihr ihn oder nicht? Ich fühle mich für so eine Scheidungsrichterin. Was ist falsch? Ich habe nichts getragen. Vor allem. Ich frage mich wieso der so nass ist. Der muss doch schon lange tot sein. Der muss doch trocken sein. Oh. Ich frage jetzt auf den Ehemann. Mach du. Nee, warum hier. Wir ricken das wieder. Wir kriegen das hin. Okay. Das ist nicht das, was ich aus dem Satz rausgelesen hatte. Hä? Das ist nicht das, was ich aus dem Satz rausgelesen hatte. Du? Kann man mit ihm reden? Wieso heißt der folgte bitte zweite Ehe? Ich kann das nicht mehr. Na ja. Okay. Der ist nicht der Gespräch. Nein. 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 Das war sehr schlecht. Wir müssen reloaden. Warum? Was ist passiert? Wir müssen reloaden. Was ist passiert? Weil ich mein Eid gebrochen habe. Oh. Das. Nee. Spiel doch weiter. Ich spiele sicherlich keinen Eidbrecher Paladin. Wieso nicht? Weil ich das nicht spielen wollte. Dann lad noch mal. Ja. Du musst halt aufpassen. Paladin ist so schwer zu spielen. Du wirst so oder so Eidbrecher irgendwann haben. Oh. Ich weiß nicht. Du hast kurz vor dem Kampf gesprochen. Eidbrecher. Ich habe auch nach dem Kampf Auto gespeichert. Tatsächlich. Hm. Nur mal Glück gehabt. Also ich habe Eidbrecher damals sehr sehr schnell gehabt. Ich glaube ich habe in der Anfangsphase schon Eidbrecher und wo ich mir gesagt konnte es hat ja lange gedauert hatte. Ich habe schon im Dorf den Eidbrecher gehabt. Ja. Ja. Deswegen ist ich hatte das überhaupt nicht rausgelesen aus dem Satz, dass das so gemein war. Ich auch nicht. Ich habe aber auch. Ich muss aber auch sagen. Ich persönlich habe ja auch gar nicht. das so gelesen. Kommt ihr? Ja. Die ganzen Wagen wie dem. Hey. Na nix. Hey damit. Na hör mal. Nimm dir auch erstmal den Hammer aus meinem Ölschau. Da hast du den Entspann. Den hast du mir rübergeflogen. Achso. Weil ich kann mich solchen schweren Sachen nicht umgeben. Aber ich weiß wer es kann. Ich. Aber ich weiß wer es kann. Ja die hat aber dann besser drauf erstmal. Ich habe dir den Moment stark rüber geschoben. Dankeschön. Ich schieb so oder so immer alles. Achso. Ich habe mich schon gewundert warum manche Sachen einfach verschwinden bei mir. So ich habe jetzt wieder den Schauberstab mitgenommen. Wieso geht das nicht? Was heißt der Arm russendig gelootet hatte? So. Ich komme. Ach ne da ist sie. Und ich nehme mich eigentlich erst dagegen. Achso. 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 Ich hab dir Kontakt noch nix deswegen. Geri kommst du. Ja ja. Ich könnt es schon machen. Ich kenne das ja. Aber warte ich kriege nicht die Erfahrung wenn ich nicht dabei bin. Wahrscheinlich nicht. Was, denn gibt es doch immer Sachen, die man vielleicht noch nicht kennt. Oh Gott. Aber muss ich im Gespräch dabei sein oder reicht es, wenn ich nur anwesend... Keine Ahnung, wir sind im Gespräch. Anwesend reicht. Geh'n. Nicht sogar ein bisschen, aber ich werde sein. Nein, er verdreht eine propere Burial. Er verdreht ein bisschen Rest. Aber ich sehe auch keinen Vorteil oder keinen Nachteil davon. Mensch, Kiri, wir müssen doch diese Wiedervereinigung der Familie musikalisch normal... Warum ist er noch nie? Du fühlst etwas, wenn du dich schreit. Der Wiedervereinigst du für ein Master. Was hat er getan getan? es gibt waffen das steht beihändig kämpfen aber ich weiß nicht, ob er da ist, aber er könnte sein und wenn er ist, werde ich ihn finden und bringe ihn zurück danke, aber wir brauchen mehr als Glück ein blöde Miracle mehr wie es ich finde einen Wälder oder etwas vielleicht jemand in Baldur's Gate kann uns helfen Conor hat immer gesagt, dass man alles in dieser Stadt findet das ist ja mal sehr sehr abgespaced was? das fand ich richtig? wie, bist du trotzdem Beeintrecher? what the fuck? es? soll vielleicht lieber einer von uns mit ihr reden das könnte auch sein, dass... ja... ich mach mal obwohl warte, ich muss gleich mal neu laden weil ich hab mit dem Gespräch gespeichert und ich glaub gleich neu wieso ist eigentlich so schlimm vielleicht ist da schon der Fehler ja, das ist eigentlich das Ding, ich glaube ich darf ihn nämlich nicht wiederbeleben oder du musst den Zauberstab darfst ihr den nicht mehr geben du bist mit welchem Gott verbunden? nee, was war das? läuft nee, Eid der Ahnen heißt das und es hat läuft wie nicht zu tun das ist eher dass ich ihn glaube ich wiederbelebe und das nicht... wieso sollte das gegen deinen Eid gehen? äh, weil Paladin äh, ich hab keine Ahnung ja mir war's zu doof, wie gesagt ich hab's im Dorf schon kaputt gemacht und deswegen hab ich's dann auch gelassen ich dachte immer ich krieg seine Rüstung irgendwann aber... nee, Pustekuchen aber ich hab mich damit auch nicht auseinandergesetzt eigentlich um ehrlich zu sein weil ich einfach unwissender und so, nehmen wir wieder eigentlich mit hm also speicherst du jetzt kurz vor dem Gespräch oder wie? naja, ich bin vielleicht noch kurz vor dem Gespräch Flupflupflupflupflupflupflupflup ohne du hast es, ne? Flupflupflupflupflupflupflup so, warte ich mach fix hier das Spiel speichern ach so, du bist schon da? ich bin noch nicht dabei ich loote hier noch ach so, ja dann sag wenn du gelootet hast Moment, noch einmal hier ein paar Knuchen, so kommen wir und haben nichts so dann mach ich mal, wa? yes ich seh die Ösche gar nicht ich seh die Ösche gar nicht ich seh die Ösche gar nicht Meily, gib vor Hä? Sie muss doch reden Achso Du hast den Zauberstab nicht mal Ja, du kannst dir den nicht mal geben Und welchenrusbros? Die sind dann eingesammelt Meily muss den haben ich jetzt aber ist es der zauber stacher hat hessende aber das ist ein quest seitdem der wird normalerweise in der gruppe weitergegeben aber du hast nicht die möglichkeit normalerweise steht das als ganz erstes oder mal ich habe ein es ist kein eigenes ist bittere scheidung das ist eine schriftrolle ist bittere scheidung habe ich diesmal eingesammelt warte mal ich schieb die mario noch wenn soll ich zuziehen sony kommt so aus dem sprich raus und sonst müssen wir halt gleich noch mal neu laden ich schiebe es war nichts das ist mal aber nicht dass junge jetzt damit schwierigkeiten bekommen dass sie nichts dagegen gesagt hat weil dann ist es ja auch quasi ein eidbrecher glaube ich nicht aber juno gibt erst mal vor was er drücken soll ja ja entspann dich doch mal ich muss erst mal reinkommen die es geht vielleicht ausschließen dass wir irgendwas nicht also dass wir nicht irgendwas verpassen aber auch wenn es die gesprächsoption mitnehmen wie wir schon hatten ja schauen wir mal No? Mal schick hier einfach mal zwischen und wir probieren mal aus, ob das funktioniert, wenn du ihn jetzt wieder belebst. Jeans für ein Master. Was hast du ihm getan? Was ist das? Was hast du gesagt? Ich will ihn zurück, zurück wie er war, nicht das. Ich weiß nicht, ob er da ist, aber er könnte sein. Und wenn er ist, werde ich ihn finden und zurückbekommen. Conner? Conner? Ich weiß nicht, ob er da ist. Aber er könnte sein. Ich brauche mehr als Glück. Ein blöde Miracle, mehr so. Ich will einen Wälder oder etwas finden. Vielleicht jemanden in Baldur's Gate kann uns helfen. Conner hat immer gesagt, dass du alles in der Stadt finden kannst. Erinnerst du dich? Und danke dir. Ich glaube. Ja. Komm schon, Liebe. Lass uns gehen. Und meine? Sieht gut aus. Nice. So gehört sich das doch. Okay. Mein Lieber. Ja, lass mich bei ihm schrauen, dass wir noch nicht... Wir haben, glaube ich, eigentlich jetzt ziemlich alles erforscht. Naja, am Sumpf da hinten ist noch was Schwarzes. Ja, das stimmt. Ja, dann lass mal zum... Teehaus-Porten, oder? Was soll ich wissen? Zu woher? Teehaus? Teehaus. Am Fluch. Teehaus. Ja. Da kommen wir ein bisschen... besser hier lang. Teleportieren wir uns einfach bitte. Ja, warte. Schon dabei. Oder so? Merci. Will? Ja, bist du. Okay. Will? Uh, ich kann hier bis Pudding. Also ist ausgemacht, dass alle Items, die bei den Begleitern sind, quasi als Ablage gelten, ja? Und ich mach... Meiner, ja. Du darfst es nur nicht vergessen, falls du den Begleiter mal wechselst. Einkomm. Ich will vielleicht auch überhaupt irgendwann mal wechseln. Weil da noch ein Rotkäppchen ist. Und das alles nicht mehr. Lala. Ja. Geh da mal weg. Okay. Das war ungünstig. Du bist weg von uns halt. Ja. Du bist weg von uns halt. Ja. Anfänger. Amateur. Ich will jetzt nochmal respektieren. Ja. Also nicht jetzt. Das kann ich dann machen wenn... du hast du später noch mal respecten bei meinem hauptcharakter weil diese säureresistenz bringt gar nichts habt ihr euch alle selbst geschnitten wieso seid ihr habt ihr getan jetzt müssen wir einen anderen weg gehen ich bin fast tot deswegen bin ich immer schnell jetzt kann ich mal meine nacken aus testen gegen ach komm mal da ging gift überlegen können ja war er eine waffe hat diese werden einmal mehr ja wie weit hast du dann ist noch nicht im kampf und wohl auch nicht natürlich ist er wieder nicht im kampf was stimmt denn nicht mit dir was soll man kann auch nicht mehr kampf oder nicht rüber kann jetzt ist er im kampf nein ist er noch nicht jetzt habe ich eine witt hop ja 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 wirst du ja wirst du schon können natürlich kann ich nichts ausführen jetzt wieso ist karlach blind die sollte eigentlich nicht sein das ist magischer blind naja ich sehe es gerade sehr gut go kompletten go bewegungs 2 so gut wie er vorher war so schlecht Das war der Biste. Hä? Oh, Caracke ist voll schlämmt. Oh Du steckst fest im Schlamm Und du kannst dich nicht bewegen wegen des Schlamms Gegenangriff Nein Pumpeblase ist auch mutschig Und du kannst dich nicht mehr Und du kannst dich nicht mehr Ich sollte es hüpfen. Giri, hast du noch den Zauberspruch mit reinigen? Ja. Das ist reife. Probier mal. Das ist Seife. Wie Seife? Das ist doch falsch? Aber sie hat recht. Wo bist du sonst da? Alles gut. Schmutz und Schweiz. Schweiß. Könnte auch gegen manche funktionieren, ja. Mal ausprobieren. Aber er kann nicht im Kampf gewirkt werden, also funktioniert es nicht. Toll. Moin moin beißt! 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 Moin moin beißt!